Handeln wir zu einer neuen Folge, Arma 3. Wir sind gerade an Kavala einnehmen. Da ist auch schon der erste Priestist gestorben. Da ist einer an Zaku gerannt. Ich hab was gerochen. Weißt du, was bloß ich ist? Ich hab gerade schon wieder ein Abonnent verloren. Schon wieder 50. Aber wie geht das denn? Alter, schluss. Schüsse auf uns, Schüsse auf uns. Wenn ich jetzt schon wieder sterbe, ne? Problem ist, ich weiß nicht, von wo die Schüsse kommen. Ich auch nicht. Ich guck mal mit der Marke. Komm, Garanten. Vielleicht von den Gebäude. Von den Tower-Gebäude. Wow, 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 wow. Ich hab gar nichts Gefühl, dass die vom... Ich muss aber auch genau Ghost-Talk hier. Bei ihm ist eigentlich was, wenn ich mit der MK8 auf den Ghost-Talk schiebe. Wenn du Glück hast, trufst du den... ...den Pilot. Da, ich sehe einen! Wo? Äh, da hinten auf so einem Berg. Na, der Berg... Jetzt geht's wieder los, oder? Jetzt geht's wieder los. Die alten King of Sild-Seiten, wo da die Scheiß-Angaben gemacht werden. Ich bin ja gerade auf den. Ich schieße mir, glaube ich, alle auf den gerade. Oh, oh, der hat seine. Nee, der schießt jetzt wirklich nie mit Raketen auf uns. Doch, das tut er. Nein, ich sehe den Philipp gerade. Alter, was ist hier los? Ich treffe den einfach nicht, Alter. Alter, wo schlägt denn die Kugel ein? Ah, der Kugel schlägt ja irgendwo ein. Ja. Muss man meinen. Und der... Ich muss das jetzt mal ein bisschen zu dir wohnen. Alter, ich glaube, der stößt ab. Ja. Ja. Gut, ein Problem weniger. Der schießt ein Zwei auf mich, irgendwie. HQ, ja, sind die irgendwann noch rum. Und wo denn? Ich weiß es nicht. Alter, wie weit ist der entfernt, bitte? 1000 Meter? Siehst du die, Eddy? Einsich, ja. Kannst du mir auch irgendwie eine Map-Markierung machen? Ja, ist ja ein bisschen blöd. Ich mach mal ein Zeit-Dings. Mal gucken, ob da... Oder eine Kompass-Markierung. Oder sag mir, welcher Grad der ist oder so. Ja, die, wo sollen einer sollen. Ich hab' mir auch ein Dings gemacht. Der Kater. Ja, das ist natürlich nicht okay. Okay, da ist der, sehr, sehr gut. Da. Da. Ach du Scheiße. Da. Sieht man den voll. Das ist fein Schüsse, Alter. 1,1 Kilometer, komm ich damit? Ja, guck mal, 1,1 Kilometer. Sie sind da im Stein drin. Ja, man sieht voll, äh, wie er schießt, Alter. Boah, kurz, kurz hinter ihn eingeschlagen, die Scheiße. Boah, der macht das ja richtig professionell hier. Ich hab' mein... Immer schon, immer schon abwechseln macht er das, ne? Weiß noch ja nicht, was er als nächstes macht. Bei dem, der trifft sich auch gar nicht, oder? Nö. Ich sauf' immer knapp hinter ihm. Bin jetzt einfach mal assi. Ich komm' mal gleich wieder. Ich baller da jetzt alles zu, Alter. Jetzt rastet er die aus. Er ist mal mit nem... Ich hab' irgendwie Angst, dass die von... Da unten läuft eine Ampliziere, wie an der Schranke, an dem Proben. Ich flieg' jetzt einfach mal hin und mach' einfach einen Armkampf. Ich muss jetzt aber aufpassen, dass F, dass ich nicht F drücken kann, für Messern. Boah, der hat ja den mit der Maus verkrochen. Weil ich komme. Tast' du das, dass man immer so hechelt, ey, das ist so nervig. Ja. Können die Masse nur ran. Ja, ey. Ich hatte von irgendwo noch beschossen. Ja, ich aber auch. Ich weiß ja nicht, von wo der ist. Alter, von wo werde ich beschossen? Bist du das dann mit nem Helikopter? Oh, ich wünsch' ich hätte mir löscht, ey. Das tut scheiße, wenn die jetzt hier mit nem Handauer kommen. Ich hab' kein, äh... Ich hab' kein RPG mehr. Die müssen ja aussteigen, weil wir sind ja in der höhere Position. Äh, die ist ja oben auf dem Dach da gefahren. Die ist ja... Okay, ist auch mal der Philipp, der uns beschießt. Die Meta sind nicht so ungefähr, die stehen ja hier. Ich hab' einen. Nice. Ich hab' auch einen vollen Headshot bekommen, Alter. Ich hab' noch einen. Alter, ich hab' noch einen gekillt. Alter, wirst du grad aufgeräumt haben. Ich hab' grad zwei Leuten einen Headshot gegeben. Das ist in der Aufnahme. Im Kasten. Alter. Das musst du bei mir auch einmal angucken, ne? Der guckt kurz raus... Ja, das musst du bei mir auch mal gucken. Ich hab' grad... Ich hab' nicht so das gar nicht schließen. Ich hab' immer den Schuss abgelassen. Äh, abgelassen. Und immer guckt der da vorne mit Headshot. Geil, Leute, ey. Ich werd' ehrlich gesagt, wie gesagt, in meiner Videobeschreibung markieren, dass ihr mal bei Ihnen vorbeischauen könnt. Der macht auch tolle Videos. Und ja, äh... Macht, was ihr wollt. Feedback ist immer gern gesehen. Auch wenn's negativ ist. Auch wenn ihr irgendwie sagt, der Ton ist zu laut, oder spielst zu leise, oder irgendwie sowas, dann schreibt das rein, dann wissen wir das. Ich seh' den Halt. Weil ich weiß... Wo ist der? Ah, jetzt seh' ich nicht. Wir sind ja hinter den Bullen verschwunden. Da war der hinten auf dem Berg, wo, ähm, der Philipp war. Okay. Ich hab' ja kein Entfernungsmesser. Ich hab' ihn einfach, ähm, markiert, ähm, auf der Map einen Marker gemacht. Da hab' ich gesehen, wie weit die weg sind. Da ist er wieder. Hast du keinen... Achso, du hast kein Thermal, aber. Wo schießt' du? Achso, nach dem Berg war die nicht nur noch. Ich hab' zwei Leute eiskalten, der hat schon hier in mir. Ich hab' zwei Leute eiskalten, der hat schon hier in mir. Au, schlägt da ein. Alter, wie weit? Hä, wo bist du denn? Warst du denn hingeschossen? Ja, eigentlich wird's so ein bisschen höher. Da sehe ich ihn. Hä, wo kommt der denn bei dir an immer, ey? Ja, dort wo ich ihn immer sehe. Und dann immer so ungefähr die, ähm, flüg. Die müssen ja dann wieder gleich spawnen, da unten. Da unten ist er ja gleich. Da unten ist er ja gleich. Auch nicht spawnen die da hinten. Viel Schuss auf's dabei! Ja, das ist jetzt mein letzter Schuss. Hier unten ist er ja gleich. 170 Meter ist das HQ entfernt. Bam! Hier unten. Hier unten. Hier unten. Ach da, ich seh' ihn. Ah ja, da. Er ist grad in das Haus gerannt. Ja. Ich sollte wieder mal mein Ding unterstellen. Ja, jetzt hätte sein RPG aufm Haus machen müssen. Aber ich hab' jetzt zwei Schuss dafür gebraucht. Ich hatte jetzt noch einen Schuss und den hab' ich getroffen. Ja, wenn er steht, ist es nicht schwer. Da unten ist wieder einer am HQ. Der ist jetzt an der Garage. Aber warum spawnen die immer? Eigentlich dürfen wir erst gar nicht mehr. So geil, die sollen spawnen, Alter. Ich film' nen Kampfsturm. Ach, scheiße. Schau mal da unten ist einer am Helikalter. Schieß' mal nochmal raus. Da! Ist rausgelaufen. Und wohin? Das. Der ist bei den Hunter. Da, ja. Scheiße, knapp an die Menge geschlagen bei dir. Wo ist'n der hin? Im Haus wieder. So. Ich glaub, der möchte aber hinten, glaub' ich, er bauen. Ja, da! Wenn er wenden, ja, ja, da ist er. Scheiße, Mann! Ich hab' ihn genau wie Sie gehabt und muss da wieder atmen, der Typ. Ja, ich auch. Er versucht das, glaub' ich, zum... Mal suchen sich übrigens welche anzuschleichen. Naja, ich weiß. Ich hab' grad irgendwo gesehen noch. Ich seh' ihn grad' nicht mehr. Polizei! Da ist grad einer, ähm, 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 Helikopter eingestiegen. Okay. Der steckt aus. Na, mach' ihn fertig. Da! Ich seh' ihn! Ich treff' ihn nicht mehr! Alter, die Meteranzahl ist zu hoch eingestellt. Nein! Oh, ich hab' ihn nicht bekommen! Alter. Hat jemand Rauch geworfen unten? Da läuft einer am Helipad wieder? Irgendwo ist der Pi an der... An der Kirche irgendwo. Da ist er. Nee. Oh! Boah! Ah, nee, er kann's vergessen, wenn ich zielo atme. Das Feierabend dann einfach. Ich glaub' der geht in den Tower rein. Da, ich seh'n. Der versucht hier unten bei, äh, bei der Treppe hochzukommen. Ja, wie auch mal. Ja, ich glaub' der andere lenkt den... Lenkt uns grad ab und der andere wird zurückkommen. Der andere kommt hier, ähm... Also der Pi, glaub' ich, ist das. Ja, der mit von hier unten rau. Schiehst du grad auf den? Da ist er! Warte, stopp, stopp, stopp! Ja, klar! Oh, ein... Ich hab' mich hier auch mal angepüßt. Wir müssen aufpassen, ich hab' glaub' Da schleicht sich irgendwo einer mit'n Taser an. Ich hab' den kurz noch am Gebirge gesehen. Also ich mag hier mal, wo ich den zuletzt gesehen hab'. Zuletzt hab' ich den hier irgendwo gesehen. Hast du noch mal gehört? Ja, auf der Map. Ich überhaupt keinen. Ich glaub' ich mach'n Side-Channel. Ja, ich hab' euch nicht zuletzt gesehen. Der ist da mit'n Taser lang geschlichen. Ich glaub' der will hier hoch. Na, wenn er hochkommt, dann wieder jemanden erwartet. So, was haben wir denn noch so? Ist der im... Am Hunter, ist der schon tot? Ja, ich glaub' schon. Ja, den hab' ich erledigt, glaub' ich. Ah, sehr gut. Ich hab' den unten am Helipad getötet. Der hat mir irgendwas mit mir angezeigt, wenn ich... Wenn ich da einfach so dann... Boah, Jacques, du bist hier doch... Warte mal, jetzt wurde mir was angezeigt. Ich glaub' du bist mir nur angezeigt, aber wenn... Ne, doch nicht. Hier wird mir Sanitäter angezeigt. Ist aber der Tote. So... Na, da hin. Sagen wir, die Polizisten... Die können grad echt nichts gegen uns machen, alter. Ich hör'n laufen. Ich hör'n laufen. Ich hör'n laufen. Ich hör'n türen. Ich hör'n irgendwo einlaufen. Na, da ist die Sicilia. Ich hör'n Laurier. Ich hör'n mit nix aufzustellen. Ich hab'n Zauber gar nicht so hochgestellt. Ja, ich hab'n Zauber auch ein bisschen niedriger. Dass meine Stimme in der Aufnahme lauter ist. Ha. Kannst du sagen, die Polizisten schlafen aber gerade, ey? Sind doch noch drei online jetzt. Achso, haben die jetzt keinen Bock mehr. Der Alex zumindest. Alex getrennt. Gut, dann würde ich mal sagen, war... Ich sehe gerade einen T-Milist auf dem Markt. Ja. Und ich. Soll ich den abballern? Achso. Ja komm, knall mich ab. Knall mich ab. Okay, das war's jetzt erstmal mit der... Ich hoffe, ich hätte dich voll getroffen, Alter. Das war's erstmal der Folge, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.